Yoga Pada Yoga Asana ist vermutlich eine alternative Schreibführse für Yoga Pada Yoga Asana. Raffaella zeigt, wie es geht. Setze dich hin und gib den rechten Fuß unter die linke Achselhöhle. Dann gib den linken Arm nach hinten, gebe den rechten Arm von oben nach hinten und verhake die Finger. Das ist eine Variation für Yoga Pada Yoga Asana.